Erstklassiges Essen für eine erstklassige Frau. Achso, ich geh vorbei, aber ich war dann raus. Oh toll, mein Laptop ist wieder repariert. Jetzt muss ich erstmal wieder... Oh toll, mein Laptop ist wieder repariert. Ich muss erstmal wieder... Ach, Scheiße. Was? Hä, was? Wo ist mein Laptop? Hä, warst du falsch? Ja, er muss viel lauter irgendwie so. Ja, erstmal lauter. Hä, was, wo ist mein Laptop? Und ich frag ja erstmal, wie war das denn mit Tommi? Und dann sagst du, hä, was, wo ist mein Laptop? Und dann musst du aber gleichzeitig direkt reinkommen, sodass sie einfach noch nicht so schnell... Ja, wundert mich echt, dass ich in der Reihe... Achso! Hoppla, Entschuldigung! Achso! Oh, was? Ja? 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 Hier! Schrei nicht so! Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist mit Tommi... Was war das denn? Ich hab mich grad so gemühen, weil so ein Herzen... Ach, das sehe ich! Vor allem war nur rumgeschrieben hier... Vor allem... Vor allem, du kommst um die Ecke direkt... Schrei nicht so! Schrei nicht so! So, wir planen jetzt den Geburtstag von Daniel... Und wenn du was dagegen hast, dann kannst du jetzt gehen! Ja, okay, ich bin jetzt friedlich! Cool! Cool! Achso, soll ich doch mal sein? Wir haben alle Bette, Bette, Bette... Achso! Genau! Und das ist mein letztes Mal? Äh... Damit... Ja, Mann, jetzt war ich... Echt? Wir planen jetzt an, jetzt gewohnt! Hahaha! Perfekt! Okay! We're friends! Was machen wir? Eine Stunde! Echt schon? Hahaha! Action! Action! Mann, jetzt ist einmal... Action! Wir feiern jetzt da nichts... Mann! Das war frei, ich war kein... Hahaha! Ey! Okay, jetzt kriegen wir es hin! Was? 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 Pfeil, Sand! Scheiße! Da bitte! Mann, ey! Okay! Okay! Das ist dein erstes Thema! Das wird jetzt einfach mal! Es kann zu gehen! Okay, jetzt! Ich hoffe! Raus! Was? Alles so... Äh... Alles drum und dran! Das tolle Programm! Alles drum und dran! Alles drum und dran! Ich hab das kein Action gesagt! Ja, ich sag jetzt Action! Ne, es war kein Action mehr! Es war gut! Es war besser... Oh ja, die zählen! Was? Wir wollten, ihr Räuber! Ihr Räuber! Ihr kleine Räuber! Achso, stimmt! Wann fangen wir an? Ne, Quatsch! Das sag ich nicht! Ich weiß nicht, ob es am Laptop lag. Ich denke aber auch nicht, dass es am Laptop lag. Als ob jemand so süchtig nach seinem Laptop ist. Okay! Okay! So! Ja, du! Oh! Jetzt haben wir es auf Kamera! Ja! Ja! Du bleibst ja hier stehen und die ganze Zeit so... Es ist aber dunkel und ich muss heller machen! Ja, aber... Ich weiß nicht, wenn man die ISO einstellt. Ich stell mal die ISO hier ein! Weißt du's auch nicht? Das ist sowieso automatisch... Doch, ISO weiß ich! Warum hast du das denn so früh abgebrochen? Ähm... Äh... Äh... Ja... Ne? Amit, was weißt du? Ähm... Ja... Und dann... Ja... Sie haben was Fresches gesagt. Achso, nicht... Nicht wohl... Hast du dich nicht wohlgegeben? Ja... Okay... Ich feier keine Geburtstag! Und wie sieht das hier aus? Es sieht auch wie ein Indoor-Spielplatz! Pack den Scheiß hier weg! Ich will einfach nur schlafen! Und komm! Ach komm, hab dich nicht so! Wir haben deine Lieblingstorte und dein Lieblingsbier! Ja gut, dann feiern wir mal! Achso, ja! Ja gut, dann feiern wir! Ja, okay, komm! So, das... Das... Das trügert mich hier! Das hier... Wer hat das denn hier aufgehangen? Ach! Sieht das wieder scheiße aus! So, zack! Ach! Hey! Das hab ich eben mal aufgeschafft! Ach guck mal, hier ist noch ein Hage! Wunderbar! Wunderbar! Wunderbar, Leute! Sechs halbster hier! Oh! Schreck! Ja genau! Welche Schulden? Was? Was redest du da? So authentisch sag! So komm, wir sind jetzt alle am Lachen! Ahhhh! 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 Ach, war das für eine Zeiten! Ja! Sag mal... Ja, schau mal! Ahhhh! Ja! Wie steuer noch! Hä? Dann machen wir die Interviews und sind mal fertig! Achso! Okay! Ohhhh! Ich will nie mehr! Ich will nie mehr! Boah! Machst du das? Nein! Ja! Hä? Ich bin am Handy! Ja! Hä? Ich bin am Handy! Ich mach sowas nicht! Ist doch etwas schönes dann zusammen mit deiner Familie und mit seinen Freunden zu feiern und den Tag zusammen zu verbringen! Ah, schade! Das solltest du sagen... Und einen schönen Tag daraus macht... Achso! Sollte man den Mittag feiern? Ahhhh! Leute! Ich muss euch was beichen! Oh, scheiße! Ich wollte es dir sagen! Ach, kacke! Warte! Sorry! Welche Schulden? Ich hab keine Schulden! Nein!